Hi Freunde, Modman hier. Seid ihr genauso hyped auf Hogwarts Legacy wie ich, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Euch sind bestimmt schon diese Türen aufgefallen, diese Rätsel und ihr wolltet vielleicht sogar schon die Türen öffnen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Wenn ihr näher rangeht, interagiert, fallen euch komische Zahlen kurz auf und ihr wisst vielleicht nicht genau, was ihr damit machen sollt. So ging es mir auch. Doch ich habe inzwischen herausgefunden, wie man genau diese Rätsel lösen kann und möchte euch das natürlich nicht vorbehalten und euch zeigen, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Wenn ihr das Ganze noch nicht wusstet und euch dieses Video weiterhilft, gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben, damit es auch anderen Leuten vorgeschlagen wird. Hast du noch Fragen oder Anregungen zu der ganzen Sache? Schreib sie mir gerne unten in die Kommentare, ich versuche auf alles einzugehen. Und ich würde mich super freuen, wenn du mich unterstützt und ein Abo auf meinem Kanal hinterlässt. Und in der nächsten Zeit kommen viele, viele Videos zu Hogwarts Legends, egal ob Tipps, Tricks zum Spiel, einfach irgendwelche Erfahrungen zur Lore oder andere Guides, wie auch immer. Erfährst du alles auf meinem Kanal und lass doch gerne ein Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Ja, das Rätsel's Lösung ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wenn wir uns hier die Zahlen angucken, merken wir, das Ganze erinnert an eine Art Matheaufgabe. Und wenn wir es uns genauer angucken, sehen wir hier einmal ein Fragezeichen, hier zwei Fragezeichen und hier zum Beispiel ein Symbol. Hier links und rechts sind verschiedene Dreiecke. Einmal das Dreieck, das so nach oben gerichtet ist, wie dieses nach oben gerichtet und ein Fragezeichen hat. Dieses Dreieck ist nach unten gerichtet und hat zwei Fragezeichen, also geht es um dieses Dreieck. Wenn wir uns nun dieses Unterdreieck, ich mache es mal hier mit, weil es im ersten Moment einfacher ist, wenn wir uns dieses Unterdreieck angucken, sehen wir, wir haben eine 0, eine 1, zwei Fragezeichen und eine 4. Sprich, wir brauchen hier eine 3, weil 0 plus 1 plus 3 bedeutet 4. Wie kriegen wir jetzt, beziehungsweise wie kommen wir jetzt auf das Symbol, was ist wohl Symbol Nummer 3? Und dabei hilft uns der Bogen um die Tür. Wir haben hier mehrere Symbole drauf. Dieses Symbol unten links ist eine 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, also von unten links nach oben rechts von 0 bis 9. Wenn wir jetzt abzählen, 0, 1, 2, 3, brauchen wir hier diesen, ja, ich nenne es, ich denke, es ist eine Hydra oder eine Seeschlange mit drei Köpfen. Sprich, wir scrollen hier einmal durch. Hier haben wir sie gefunden, die Seeschlange mit drei Köpfen. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier angucken, wir haben eine 2, eine 9, die Hydra, was ja eine 3 ist, also eine 5. Also benötigen wir eine 4. Eine 4 ist in diesem Fall, was ist das, ich glaube, ein Vogel oder so. Ein Vogel auf einer Stange, gucken wir mal. Äh, war das das Ding schon? Äh, ja. 1, 2, 3. Hier ist dieser komische Vogel oder die Eule auf der Stange. Nun haben wir das Rätsel gelöst, können hier hingehen und können mit F die Türe öffnen. Die Tür öffnet sich und in der Regel verbirgt sich dahinter eine Truhe. Die können wir aufmachen. Großer quadratischer Teppich der Sammlung hinzugefügt. Und haben hier noch einen kleinen Gang, beziehungsweise einen kleinen Raum. Den können wir auch durchlaufen. Wichtig ist, wenn ihr in so einem Raum seid, benutzt euren Reveglio, äh, Reveglio-Zauber und guckt, ob ihr hier vielleicht noch irgendwelche Sachen habt, die ihr noch nicht gesehen habt. Hier zum Beispiel haben wir noch einen versteckten Raum mit noch einer versteckten Truhe. Können wir hier alles nochmal überprüfen. Können die Truhe öffnen. Bekommen einen schicken Zylinder. Und hier haben wir sogar noch ein neues Rätsel. Auch hier, wieder wie beim ersten Rätsel, Aufgaben lösen, Zahlen nach oben, beziehungsweise Fallen nach oben, ist dieses Ding. Hier haben wir diese Hand. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 6 sind 11. Müssen wir nochmal eine 6 haben. Das ist hier diese Echse. Mal kurz raussuchen. 3 Echse. Und auf der anderen Seite, ähm, 0 plus dieses Ding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist schon die 8, also brauchen wir die 0. Das ist die Robbe oder das Walross, wie auch immer. Einmal kurz aussuchen. Habe ich nicht verrechnet. Nochmal kurz gucken. Das ist dieses Ding, ne? 1, nee, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, also brauchen wir die 1, das Einhorn. Da ist schon aktiviert. Türe öffnen. Türe öffnet sich. Perfekt. Und hier finden wir auch wieder eine Truhe hinter. Ein blaugrüner Pergamentschal und einen Sessel. Wieder einen Reveglio-Zauber machen. Einmal nach oben gucken. Vielleicht sehen wir hier irgendwas, was wir zum Beispiel mit unserem Arceo-Zauber runterholen können. Ist hier in diesem Raum aber nicht der Fall. Hier haben wir nochmal ein Rätsel und noch eine Tür, die wir öffnen können. Auch hier nochmal den Reveglio. Ach, guck mal hier. Handbuchseite. Ein Reveglio-Zauber. Unterrichtsraum Arithmatik. Perfekt. In diesem Unterrichtsraum lernen Schüler die magischen Eigenschaften von Zahlen und Numerologie. Die meisten von ihnen entscheiden sich allerdings dafür, auf der Schulbank Mondkälber zu zählen oder dabei einzudösen. Haben wir noch eine schöne Schriftrolle mitgenommen. Hier haben wir nochmal ein Rätsel. Das gucken wir uns natürlich auch noch kurz an. Eigentlich perfekt dieser Raum für diesen Guide. Finde ich sehr, sehr gut. So, wir haben hier wieder die Hand. 0, 1, 2, 3, 4. Die Hand ist Nummer 5. Das ist Nummer 6. Macht 11. Brauchen dann die 4. Also brauchen wir hier die Eule nach oben. Einmal die Eule. Und auf der anderen Seite haben wir einmal das Valros und eine 13. 0 und 13. Also brauchen wir eine 5. Die 5 war diese Spinde oder was weiß ich, was es ist. Nein, das ist das Ding. Und wir können die nächste Türe öffnen. Und hinter dieser Türe finden wir wieder eine Truhe mit einem gerahmten Porträt und ein blau-grünes Emblem. Einmal den Rebellio-Zauber. Nichts zu sehen. Ich dachte erst, da wäre was. Und dann können wir auch schon ins Inventar gehen. Und können zum Beispiel die Sachen anziehen. Den Zylinder zum Beispiel hier. Diese Feenmütze, die habe ich schon woanders gefunden. Die gibt mir nochmal hier. 5 mehr Verteidigung. Das hatten wir noch. Wir haben hier den Mantel, den Umhang. Können wir alles natürlich anziehen. Den traditionellen Schulumhang. Den hatten wir, glaube ich, schon Halsbekleidung. Hier haben wir 2 Stück. Nehmen wir den Schal, den wir gerade gefunden haben. Und theoretisch haben wir auch ein Emblem. Aber ich sehe gerade nicht, wo ich das Emblem ausrüsten könnte. Ist mein Outfit. Ah, hier. Haben wir ein Outfit. Können wir auch benutzen. Ja, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Ganzen weiterhelfen. Und ihr habt die Lösung des Rätsels erkannt. Ja, das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, damit es weiteren Leuten vorgeschlagen wird. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen, andere Tipps oder vielleicht versteckte Räume, auf die man nicht direkt kommt? Schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal da, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und mich natürlich sehr unterstützt. Vielen Dank vorab. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Abend und eine Menge, oder Nachmittag, wie auch immer, und eine Menge Spaß in der Welt von Hogwarts Legacy. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Rottenmann. Ciao. Ciao.